So, auf geht's mit World of Tanks. Der Stream läuft. Tauphäe erhalten, sehr gut. Ich habe World of Tanks gestartet und bekomme ein Trophäe. Nicht vergessen, Daumen nach oben zu geben. Hast du mal? Okay, weil ich habe schon zwei Daumen nach oben. Das ist nicht schlecht, oder? So, ich teile das jetzt mal auf Facebook. Damit jeder weiß, dass ich gerade... mit einem T-Track. So, mit was spielen wir? Mit einem klassischen D22 Brot. Gefechtswarteschlange. 238 Leiter in der Warteschlange. So, auf geht's, auf geht's. Das geht. Damage upgrade. Das geht. Ich hoffe, wie kalt ist noch. Ah. Ah. Ah ja. Ah, das geht. Das geht. Das geht. Der ist tot nah, ne? also sie sind doch jetzt da hin wo ist der Schlager? versteckt sind ja Hohenhut ja Hohenhut sie sind doch da auf die B Wo ist der Pastor dahinten überhaupt? Es sind noch 3 Panzer. Oder ich muss mich gegen 3 Panzer durchsetzen. Wir sind als einzige übrig. Komm nicht bis an uns. Sie haben uns entdeckt. Da ist schon wieder hier. Ich bin hier. Und ich habe glaube ich gar nicht zerstört. Den Schwadler. Feind beschädigt. Okay. Oh ja, ein Panzer zerstört. Okay. Okay. Das ist wirklich gut. das ist nicht wirklich wir haben gegner im gebiet mach sie fertig oder erobere diese basis da 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 Was ist denn der Boeing? Da unten Crews da nachher. Jetzt ist er noch. Was schaust du jetzt an? Was ist denn? Haha. Wir haben einen unserer Panzer zerstört. Ohohohohohoho. He. Panzer zerstört. Da vorne die anderen Panzer. Das ist im Gefecht. Da vorne ist er. Da vorne ist er. Der Panzer zerstört. Da sind die Arme. Oh. Da vorne. Oh. 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 Der Gegner hat uns im Visier. Wir haben sie nicht mal angepasst. So 3 gegen 2, dann schauen wir wie es ausgeht. Einer snappt von da hinten. So 3 gegen 2. So 3 gegen 2. Zwei Panzer und da zerstört ich mir zu packen. Was los? Nein ich schau nicht mehr, ich tu einen Stream, ich geh selber. Der letzte Panzer versteckt sich natürlich wieder, ne? Von den Gegnern. Der letzte Panzer versteckt sich natürlich wieder, ne? Von den Gegnern. Da hinten, da die Homme, oder? Da hinten, da die Homme, oder? Hatten! Ja, jetzt nimmt er die gegnerische Flagge ein. Da oben ist er. Bussi, da oben ist er. Geht's auf? Schnellt's noch nicht erst. Jetzt fahr'n's der Depper den Geiss. Drucken, pissen. Drucken, pissen. Ja, er muss jetzt zu unserer Basis von Burschen. Doch, er passt. Nice. Da die HP Polnose. Hier geht's los. Bussi. Du musst mir noch ein Like da lassen. Ich schreibe jetzt hier schon mal einen Angriff. Jetzt haben wir schon wieder 3 Reigns. Das geht. Was ist denn drin? Wie das so ist. Oder 3 Reigns oder Fullgas oder? Ja. Wo? Wo ist das? Achso. Ich wurde anvisiert. Okay. 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 Das ist ein Altösterreich. So. Dann ist er zerstört. Wurde anvisiert. Wurde anvisiert. Das ist ein Altösterreich. 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 Also ich fahr mal zur gegnerischen Basis. Die Einnehmen, oder? Der Gegner zieht nach uns! Am Visiert von wem? Der Hund ist bei der gegnerischen Basis. Der ging voll durch ihre Panzerung. Nein! Ja, das war klar. Das ist das, mein Dottis. Okay. Gut, das war der letzte Panzer. Wieder gewonnen. Pistotepper sind wir gewohnt. Kann ich mir bald einen neuen Panzer kaufen. Was soll man kaufen? Was sagst du? Einen deutschen Tiger? Fahrzeug kaufen. Gehen wir zu den deutschen. LTR, dann haben wir Panther, Tiger. Achso, das müssen wir dann aufstocken. Okay. Wie viel habe ich denn? Ich habe 22.000. 22.000. Dann muss ich bis da umkommen, oder? Wo ist denn der Tiger da? Tiger. Was für ein Tiger? Tiger P oder Tiger 1? Municipal. Ja. Dann gehen wir an Tiger. Das ist da. 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 gut dann holen wir mal ein ltr von da aus muss ich jetzt zu einem deutschen panze in meinem bunker in meiner garage also der panze den man kult hat von den deutschen den ersten bis in aufrüsten kauge der heißt leicht traktor leicht traktor hast du gut da muss ich ja schnell ausbildung machen für meinen panzer na gut das will ich dann mal anpassen gescheite tarnung auf sommer tarnung so 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 jetzt brauche ich 275 davon dann kann ich ihn besser machen mein panzer ok na gut dann fahren wir mal mit dem deutschen panzer und was fängt man schon wieder an die panze und dann kann ich ihn besser machen ich bin der einzige mit so einem mit so einem scheiss band Panzer. Der kommt da dann mal auf in den Panzer. Ja, ich weiß nicht. Oder vom Gegner haben wir das Panzer dabei, oder? Das sind beide aufzeigen. Die haben jetzt ein Ding gesucht in ihrer Reisung. Jetzt vor der Fuerte, der Johnny wurde, vor meinem Panzertraktor. Der Gegner nimmt unsere Basis ein, ich sehe einen, der Gegner zieht auf uns, wir erobern die Gegner aus der Basis, wir nehmen die Gegner aus der Basis, okay, 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 wir haben uns entdeckt. Okay. Okay. So, wir verlieren jetzt. Hier ist der beste Prestige. Geh mal. Geh mal. Geh mal. Geh mal. Geh mal. Geh mal. Also, ja, fuhrt. 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 Okay. Okay. Mhm. Mhm. Was hast du? Okay. Was hast du? Okay. Mhm. Mama. Ja, du kannst du mal eine Euro sprengen. Ja. Okay, das ist ein Töten, mit meiner Videobeschreibung. Kaufst du mal eine Euro spenden. Was ist jetzt hier? Hans ging Hans. Okay. 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 Yep. Okay. 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 Was sagst du denn überhaupt zu meinem eigenen Layout? Wird schlecht oder? Okay. Mhm. Okay. Und was ist mit der 15.000 noch? Und was ist mit der 15.000 noch? Und was ist mit der 15.000 noch? Ich weiß noch was mit dem Arschhund da vorne ist. Städter soll sich angeschissen oder? Kein Vorkommen, oder? Was ist mit dem Vollidiot? Der Fahrzeug hat sich wieder angeschissen. Vorweg geht's. Wahrscheinlich. Siehst du den alle an? Schuss bereit. Ich glaube der will mich verurzeln. Der Gegner zieht auf uns. Ich weiß noch nicht. Ich weiß noch nicht. Ich weiß noch nicht. der Arsch unten geholt wegen dem Schwartl, Alter. Und das alles nur wegen dem schickten Schwartl. Box nicht. Wie meinst du das? Nein, nein, wenn ich hin bin, bin ich hin. Dann müssen die anderen fertig spielen. Und dann geht's. Es gibt aber natürlich, das ist ein ganz normales Spiel, ja. Es gibt natürlich Spiele, die du immer wieder sponsst, nicht? Und man muss halt wieder ins Gefecht fahren. Bei Herrschaft oder so, nicht? Ja, hol doch das Spiel, das ist gratis. Brauchst du nichts kaufen? Der Schwartler verlinkt jetzt. Das hab ich eigentlich gedacht. Ja, Gefecht ist vorbei. Was ist's? Ey, auf zu. Das ist das erste Mal heute, das ich verliere. erst mal das hat für mich Das ist super, ne? Das kommt Gegner. Entweder schatten wir sie raus oder nehmen ihre Basis ein. Los geht's. Was ist das? Das ist sehr crazy. So weit geht mein Panzer wieder nicht, gelegt mich doch an die Tür zu. Also soll man einen deutschen Panzer holen? Ich muss erst ein paar Gefechte spülen, Punkte holen und dann kann ich ihn aufnutzen. Dann holen wir sie denn. Alter, die Kamaronen schießen alle auf einem Panzer, gell? Ich fahr Zubi, triff mit einem Schuss und hin. Die Kamaronen schießen alle auf einem Panzer. So, er hat gesessen. Die Kamaronen schießen alle auf einem Panzer. Da haben wir die PhD gemacht. Da muss ich ja gerne mal sehen. So, das war nicht so gut. Der Gegner nimmt unsere Basis ein. Puh, das geht sich niemals aus, dass sie da umgekommen. Das verlieren wir jetzt. Ich weiß nicht, ob ich jetzt schnell da vorn bin. Ja. Scheiße, du musst leben um zu kämpfen. Mhm. Oder über MVP Trophäe gekriegt. Mhm. Das geht. Das geht. Ich habe jetzt ein Trophäe gekriegt. MVP. Bester Spieler. Ja. 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 einbrauchen. So da, ein neuer Butter. So, man kann das nicht verwenden. So, wenn wir die es einfachление machen können. So. So, so. So, so. So, so, so. So, so, so. So, 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 so. Aber ihr könnt einfach mit dem Türkischen weitermachen, gell? Der f***er Alvgrüßt. Ah, Scheiße. Ah, Scheiße. 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 Dann geht's weiter. Passt. Das heißt, ich muss jetzt mit dem spülen. Spielmodi. Multiplayer, ja. Okay. 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 Genau um steht schon. Ja. Ja. Der Gegner hat uns im Visier! Wir sind sauber durch die Kerze! Wieder einen zerstört! Der ging nicht durch! Wir gehen hier noch in das Eis jetzt, gell? Ja, ja, noch hat er sich umgedreht! Ich höre! Schuss bereit! Es sind Gegner in unserer Basis! Der Hund? Der Hund? Der Hund? Der Hund? Der Hulu ist da hin! Jetzt kommst du nur drüberpoliert, oder was? Bist schon, ne? Drei feint. Drei gegen ist ein Panzer. Einợi ist ein Panzer. Drei gegen ist ein Panzer, sondern... Ja, das ist die Basis, genau, und drei gegnerische Panzer haben wir dann, die wir zerstören müssen jetzt. So, Panzer zerstören. Nicht gut, er ging nicht durch. Alter, lad nach, lad nach, lad nach, lad nach. Nein, er hat nicht nachgeladen. Schaut, er hat ja gar kein Leben mehr, vier Leben von 170. Nein, das ist der, nein. Das kann nicht wahr sein, ich mach nur mal einen Kaffee. 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 Jeg knack's sogar mal einen Kaffee. Den Unreist von Sankt Ergäu落 سے happier. Ich mach nur mal einen Kaffee mit einem Kaffee. Und ich mach nur einzelnen Kaffee, Ich mach nur mal nur einen Kaffee, ich mach nur mal einen Kaffee. Ich mach nur mal einen Kaffee. Das ist das nichtque Selbst entertained. Vielen Dank. 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 Es gehört, was ich gesagt habe. Entweder zerstören wir sie alle, eher neben ihrer Basis ein. Los geht's. 15 Panzer. 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 15 franch. 15 trier. 15 minute. 15��. 15цу. 254. 156. Oh nein, jetzt tut er den Medaille putern. Schau, wie er Medaille putert. Jetzt muss ich ihn an. Ich bin für Sie, ich bin für Sie. Ich bin für Sie, ich bin für Sie. Ich habe ein bisschen geschossen aus dem Roller-Roll-Hobby. Der Schwarzler der Höhe. Zwei Treffer-Hobby, auch Treffer-Hobby und zwei Durchschlag. Der Schwarzloss wurde in der Flucht vorgezogen. Das ist die Fülle, die aus sich für einen Moment. Oh, oh, oh. Was ist das? die verpasst auf links von euch 2 gegen 2, 1 bei untere Flagge, 1 gegen 2, 1 gegen 2, da unten ist er ich bin dran Ja, ich bin Siek 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 Es ist Was ich da jetzt gelesen habe? Alle gegnerischen Fahrzeuge zerstört durch Pariser. Durch Pariser. Ja, was willst du tun? Zwei Zuschauer, das ist nicht so viel. Man kann ein World of Things schauen. Wenn wenigstens tausend Leute kommen und jeder ein Abo durchpassen wird. Aber nicht mit der Granate oder? Okay. Aktive Operation USA und UDSSR. Und die fahren mit einem deutschen Panzer. Super. Wir haben Gegner im Gebiet. Mach sie fertig oder erobere ihre Basis. Nichts. Manchmal, manchmal, manchmal. Es ist schon schön, es ist schon wieder. so wie lange ich denke, oben vorher ist er weit zu einem regnerischen Bier naja man 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 oh war regnerisch schon dann langsam nicht um schnitzung ja aus Ich schaue Ist der da mal oben, oder? Ja. Ja, einen habe ich schon. Was sagst du dazu, mein Junge? Einen Wanzer habe ich schon. Mit dem Traktor? Nein, ich habe mich schon einmal aufgerüstet, zum stärkeren Traktor. Die ist nicht mehr so scheiße wie vorher. Oh, da muss ich noch. Kommt der auf her, ja. Der hat eh kein Leben mehr. Lade nach. Jetzt ist irgendwie anders cool. Also Reichweite, also Reichweite. Na gut, ich erwische ihn nicht, dass er noch eine Reichweite ist. Und die Schenke. Ja sowieso, oder? Da hinten ist noch einer, ok. Da hinten ist noch einer. Ich sehe einen. Da hinten ist noch einer. Das war nicht die. Musik? Was müssen wir schon wieder mit dem Internet los holen? Hallo? Was wissen wir denn mit dem Internet schon wieder? So, zur Garage. Und aufrüsten. Dann. Wir tun den어지en, im R paar AnfangBOIDE? Das war probably ein wenтор Tomker. Das war auch schon Kildır. Okay, das geht ja nicht mehr aus. Dann fahren wir wieder ins Gefecht. Das kann sein, ich höre eh schon ganz komisch. Mhm, mhm. Mhm. Ja. Ja. Der Home Cruise da mit seinem Mini-Panzer-Fuglo, oder? Wie wenn er das tausend Jahre machen wird schon. Ja. Das kann ich schon. Ja. 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 Ich habe einen Gegner gefunden. Gegner gesichtet. Sie haben uns entdeckt. Ich habe ein dickes Loch in ihrer Panzerung. Das hört sich vielleicht jetzt komischer, was ich sage, aber einen kann man von hinten. Diese Arschloch-Banzer kann ich nicht fertig machen. Der Gegner zieht auf uns. Fass bereit. Sieg. Wuppa, wuppa, wuppa. Die Stepperzeit geht es wieder. Meisterabzeichen. Kritische Treffer, Feind gesichtet, Feind beschädigt, Panzer zerstört. Was ist denn? Kinder Wingoin. Wir sind in der nächsten Jahrzehnte, für den Jungs, Karten. Sieg. Jop, jop, jop. Warum schaut um 23 Uhr Kanuwelt auf Danks bei MC Kaiser? das gibt es doch nicht im Wochenende wieder streamen vielleicht nächstes Wochenende schon CAD, mal schauen ich will es mir eigentlich gar nicht kaufen wer süchtig macht ja oha jetzt gleich Volumen da unten bei der Zugbrücke steht auch schon noch oh nein das ist auch nicht noch eine Salve und ich bin hier da geh ich raus jetzt haben muss ich eine Garage da kann man ein Battle Bean wenn er will was was Battle Bean kann man wenn er will was jetzt gehen mit dem ins Gefecht mit dem Ted Ratsch von den von den Kommunisten aus der Türkei was hast du gewusst dass du mein bester Abonnent bist der an meine Streams am längsten schaut hallo 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 ich werde zuhause sage hallo hallo höreste die sondern die eine die 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 Achtung, direkt nach Gesichtet! Der, es ist es! Wir haben die Panzer umgeschlagen! Durchschlagen! Das war's! Der Panzer ist short! Ich bin zurück zur Garage. Das war mir nichts, das muss ich auch! Und ab ins Gevecht! Ich bin ganz schlecht! Was ist da los? Hallo? Hallo? Verstehst du mich einwandfrei? Hallo? Hallo? Flickscher wie Dase! Hergehört Miller! Es sind Feinde in der Gegend! Entweder zerstören wir sie alle, oder nehmen wir ihre Basis ein! Los geht's! Ok... Herzliches! Ich bin schmieden! Ich bin schmieden! Ich bin schmieden! Ich bin genau in Ordnung! Was? Ein W progressing zu können! Ja, ich bin... Ich bin sicher. Der ging nicht durch. Gelassen! Weg los! Der ging nicht durch. Nicht gut. Der ging nicht durch. 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 Vielen Dank.